Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Scribble.io. Heute wieder mit der bezaubernden Judith und den Philipp. Moin moin. Hallo. Hallo. So, los geht's. Ach, ich bin so ein... Ach Mensch, was ist denn da los? Ist ja mal was Neues. Hallo. So, ist wieder da unten irgendwo. Da. Brustwarze. Ja, genau. Nimmst du hellgrau? Nee, muss ich schon in die Mitte nehmen, deswegen. Ach, ist das hier, ähm... Nein. Nein. Finde ich gut. Aber du bist auch nicht mehr so weit weg. Salami-Schokokuchen, ja, du bist nicht mehr weit weg. Salami-Schokokuchen. Äh, Sch. Irgendwas mit Sch. Mit Sch. Mit Sch. Achso. Hä? Wieso Sch? Wieso weißt du das? Ja, weil dann C steht. Echt? Bei mir steht ja auch nichts. Was ist denn das? Schinken. 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 Ach, es war zu spät. Jetzt habe ich nur Punkte. Du kannst ja nicht... Jetzt wird sie zickig. Du kannst ja nicht immer gewinnen. Ich mag das Spiel nicht mehr. Ja, echt mal. Ja, ich muss mal ausrechnen, denn das sind ja auch nicht mehr viele Folgen, ne? Wir haben ja bald die Hundertste. Ja, das habe ich schon gesagt, ja. Und dann spielen wir Uno. Genau. Nein, keine Ahnung. Ja, warum nicht? Nee, das geht nicht. Ach, ich war noch gar nicht fertig. Ja, Judith, du bist einfach so gut. Achso, ich bin da auch dran. Ach, Mann. Ach, Frau. So. 650 Punkte. Das ist geschehen. Hä, du bist erst mal in der ersten Runde. Was ist denn da los? Bleib doch mal ruhig. Weiß ich, Judith, du bist doch eh wieder erster, von daher. Ja, darum eben. Mit einer Heule oder nicht. Warten, abwarten. Abwarten und einen Tee trinken. Guck mal, Judith, da bist du wieder. Ja. Ich habe aber blaue Augen. Das sind ja auch nur die Pupillen. So, guck mal. Also blau-grün. Achso. Oh, ich bin aber schlank. Tanz. Ui. Oh. Wollt du gerade sagen, der Adams-Apfel, aber. Ja, genau da. Nein. Hallo. Ja, blau sagst du, ja? Ja, richtig. Echt? Du bist rothaarig und hast blaue Augen? So nicht. Ja, so blau-grün. Achso, blau-grün. Da hättest du blaue Augen, also richtig blaue Augen, dann wäre es eine Seltenheit. Hast du dir das zu erraten? Mein Kind hat blaue Augen und rote Haare. Das ist sehr selten. Echt? Ja. Ja. Das ist einer der seltensten Mischungen. Rote Haare und blaue Augen. Also richtig blaue Augen. Also nicht jetzt so blau-grün oder so. Sondern nur rein blau. Machen wir so. Wie ist es auch so? Ups. Wum. Nuite. Was mache ich denn hier? Ähm. Hä? Ähm. Oh Mann. Oh. Ich seh dir in die zweite Runde. Ach, wie zickig sie wird. Ja, ja. Oh, ich glaube, wir dürfen dann nicht Uno mit ihr spielen, wenn sie so zickig wird. So, fertig. Ja. Aber der Pfeil ist nicht rot. Das, das gab man nicht ja rein. Wie sie zickt. Ist ja richtig niedlich. Halt die Klappe. Ich bin nicht niedlich. Genau. Nämlich nicht niedlich. Ah, schön. So, ähm. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Nee. Nee, haben wir nicht. Mal schneller. Ach so. Da so. Habt auch wieder eure Sonne. Ja, schön, dass es euch nicht gefällt. Mir gefällt das. Das ist schön. Obwohl sie zickig ist. Gefällt dir das. Okay. Ach so. Nee, warte mal. Das machen wir hier so ein bisschen. Wo ist der rote Pfeil, Mann? Frau. Kommt ja noch. Keine Sorge. Alter. Bleib mal ruhig. So. So, eigentlich ein bisschen. Nee, das wäre ein bisschen zu krass. Ich versuche mal, dass das vielleicht ein bisschen, oh Gott, hoffentlich kriegt man das so hin. Ja, ich habe doch das schon geschrieben. Bis die ausrastet, was ist da los? Ich glaube, Judith muss öfters mal verlieren. Nee. Also ich finde das irgendwie, also, oh Gott. Also ich finde das irgendwie putzig. Nee, ist das nicht. Hör auf damit. Wieder irgendwas Muskeliges. Oh. Entschuldigung. Armbrust. Witzel. Armbrust? Ja, natürlich Armbrust. Mit Nippel. Oh, das ist so kacke. Ich hoffe, es muss jetzt nicht zensieren. Also. Ich glaube nicht. Ich habe ja schon angegeben, dass meine YouTube-Videos nicht direkt an Kinder gerichtet sind. Also. Also. Achso. Zwei Bilder, ja? Nee. Achso. Achso. Ja, nicht. Nicht nur sauber sein rein? Nee. Nee. Also. Ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll. Also was ist denn, wenn das hier so? Ach, Quatsch. Die haben Klosorten. Hm. Ja, ja. Das ist schon richtig. Ja. Also das vorletzte Wort, aber dann ohne N. Achso. Genau, also kann man auch mit chemischen Mitteln. Wie. Mann. Jetzt ist eines bleich und das andere ist bleich. Ah, verdammt. Wollte ich doch gar nicht. Oh Gott, wie seid denn das? Okay. So. Stellt euch vor, die beiden. Judith. Das ist schön. Farscht mich mal. Toll. Ja, stellt euch vor, die beiden quatschen hier irgendwas. Ja. Und, ähm. Ja, ich muss jetzt so ein bisschen beschreiben, ansonsten. Hier so, ne? Bist du ja, wer da jetzt quatscht. Ähm. Und Judith sagt jetzt irgendwas. Und ich muss aber sagen, dass du. Obwohl sie vielleicht etwas sagt, was halt, hm, ist. Ja. Ne, 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 nicht lügen. Also, ganz einfach. Also, also, ich, ähm, ja, ja, bestätigen, aber wie? Mit welchen, also, wie mache ich das? Also, was sage ich da? Ja, fast, fast, anderes Wort. Ich weiß, äh, also, ich weiß auch nicht, wie man das macht. Ja, genau. Wenn ich so sage, ja, haste recht. Ja, Punkt, 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 haste recht. Ja. Ja, ich will, ja. Ach so, ach so, auf einmal, ja. E-M-A, oder? Nein, 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 nein. Also, Judith sagt jetzt irgendwas und ich sage, ja, hm, hm. Haste recht. Genau. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Wahrscheinlich hätte jetzt, äh, hätte jetzt, also, eigentlich fehlt ein, hm, hm, hm. Ja, echt, hm. Ich wollte das auch gar nicht nehmen. Ich weiß gar nicht, warum ich darauf geklebt habe. Nein. Meine habe ja selber nichts von. Ich glaube, selber keine, ähm, Robin, muss ich denn die Kaga, äh, keine Punkte gekriegt. Tobi, äh, kennst du ja nicht, Judith? Nein. Nein. Du musst nach Berlin kommen, ich muss dir so einiges zeigen. Das ist Tobi. Tobi Nathor, also, das ist ein Let's Player. Super. Ähm, das müsste schon ein Wrestling-Regen sein, ja, also. Ja, und der Typ heißt so. Ähm, nee, ähm, nee, also, der guckt dann nämlich kein Wrestling, äh, der Tobi. Übrigens, cool, sie gehen raus. Ja. Und, äh. Jimmy Nightracht. Ja, und, ähm, es gibt einen ganz berühmten Wrestler. Der wird auch mit ganz vielen Memes mit der, äh, äh, gezeigt. Quasi, wenn er einen nimmt und eine Rolle mit ihm macht und dann irgendwie ihn hinschweißt. Wie heißt, ähm, oh Gott, wie wird denn der nochmal geschrieben? Aber nee, das wäre auch Jane, genau. Äh, Dwayne Johnson, aber, ja, nee, The Rock wäre auch zu kurz wiederum. Also, Dwayne Johnson kann es nicht sein, weil Johnson würde nicht hinkommen. Ähm. Wie heißt denn dieser mit den Locken? Ich hab doch keine Ahnung. Ich kenn mich doch nicht mit Wrestling aus, seh ich so aus. Dieser mit den blonden Locken, den man immer sieht. Thomas Gottschalk? Nein, beim Wrestling. Ich hab doch keine Ahnung. Äh, also, weiß ich nicht. Nee, Wrestling oder Boxen oder so, keine Ahnung. Oh. Ah. John Cena. Das ist John Cena. Genau, genau, ja. Also, das wäre ich echt nicht drauf gekommen. Ich könnte es noch gar nicht wissen. Natürlich, ich weiß alles. Ja. Das ist ein alter Röhrer, muss ein Monitor sein, oder? Könnte sein. Oh, ein Pflaster. Natürlich. Ja, genau, aber. Aber? Ja. Aber, aber ist falsch. Deutsch. Achso. Achso, verdammt. Ja. Fast. Wahrscheinlich hab ich mich vertippt. Ja, natürlich. Und ich verprügel hier meine Tastatur gerade. Ach, du. Oh Gott. Wie sollten das alle... Ich hab keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Ähm, stellt euch vor, ähm, das hier ist... Ja, immer noch. Das hier ist weiß. Also, so, ne? Und hier alle zu oben, ne? Und hier kommen halt so ganz viele kleine, äh, Dingelchen runter. Gut, vielleicht ein bisschen größer auch. So, ne? Wisst ihr aber schalt. Ja, ja, aber es ist noch nicht das. Jetzt haben wir hier sowas. Und der hat hier vielleicht sowas. Ähm... Hm, hm. Und jetzt sind hier... Moment. Du meinst die Schneeballschlacht? Äh, ja, ja. Ja. Oh, das ist ein bisschen lang geworden. Ähm... Hier kommt halt so ein... Fett Ding, so. Wow! Das hier so... Fliegt hier, also der wirftet halt. Und, äh, es geht halt... Hier drum. Und auch da drum, was das hier ist. Wohinter die sich schützen. Was die sich da aufgebaut haben. Genau. Nein. Nee. Hä? Hä? Hast du dich nicht von jedem besucht? Nein. Hä? Es ist das, wo hinter sie sich verstecken. Ja. Da baut man sich erst eine... Hm, auf. Eine Mauer. Eine Basis. Böö. Hätte man auch nicht malen können. Ja. Ach ja. Die Frage ist nur, wie. Hauptsache anders. Ja, ja. Marco hätte... Hätte... Hätte ein Bild so. Copy-Paste-mäßig. Wie ist er einfach eingefügt? Ja. Mal gemein sein, Judith. Mhm. Ja, das wollte ich auch. Aber Judith. Aber hier. Aber wie sie sich jetzt so langsam beruhigt, ne? Sie ist nicht mehr ganz so zickig. Nee. 2000 Punkte, das gibt's doch nicht. Wie? Achso. Hä? Woher hab ich die denn? Ja, echt. Gecheatet. Ups. Ja, ja. Na klar. Weil ich ja auch das erste Mal gewinne. Na klar. Gecheatet. Was sind die Blumenläuse? Also meine Dame ist echt enttäuscht. Ja, Physik doch nicht. Ist das Fotosynthese? Was? Wie wird das geschrieben? Ich spiele auch. Synthese? Ja. Wie heißt das denn noch anders? Ist ein Gänse-Töpchen. Hey, sag mal, du musst den Arsch weißen. Wer? Ich? Nee, meine. Hä? Wie ist die? Ja, gut. Hä? Soll es denn überhaupt eine Blume sein? Ja. Okay. Hä? Hä? Noch was anderes vielleicht? Nee, das war's mehr. Ist nicht. Wie? Wie mehr ist nicht? Was ist denn diese Punkte da? Ich glaube, die hat schwarze Flecken. Also am Stammmessen oder so. Ja, vertrocknet. Was ist das? Das sieht aber anders aus, ne? Und die haben auch keine schwarzen Flecken. Ja, doch. Die hat am meisten... Naja, gut. Also, äh... Also doch, ich glaube, es gibt welche, die... Die kranksten... Weiter! Jetzt fängt sie wieder an zu zicken. Was ist nicht erraten? Das sind doch komische Geschöpfe. Das ist bestimmt zu Halloween. Ja, ja. Nicht? Popcorn. Hm. Achso. Inwiebel. Uh, uh, uh. Mal mal noch auf den Schildern, ähm, eine 13 drauf, die durchgestrichen ist. Danke. Genau, dagegen. Ja, sehr gut. Zusammengeschrieben. Ja, klar. Naja, das haben wir ja mal gut gemacht. Das sind doch keine Teelbeutel. Die werfen alle Teelbeutel in die Luft. Super. Ja, ja. Wo Artikel 13 durchgestrichen ist. Gut. So. Das hier ist ein ganz bestimmter Mann mit sehr langen Beinen. Mhm. Der auch sehr lange Arme hat. Mhm. 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 Die Frau ist heute begeistert. Und da ist jetzt hier so, ähm, also der hat hier, warte mal, wie machen wir das jetzt am besten? Der hat hier so was. Mhm. In der Hand, das ist so eigentlich leuchtet. Mhm. Und macht das Ding da rein. Also, ne, wechselt das aus. Und, äh, es geht aber hier um, um Ähnchen. Es geht um Ähnchen. Der hat vielleicht hier so Blaumann an. Genau. Ach so. Okay. Und macht halt sowas. Ja, aber macht nicht nur sowas, ne? Nein, nicht nur sowas. Nee, nee, das ist klar. Ach so, klar ist das. Ja, doch. Also, na, also für mich ist das klar. Der passt auch auf, dass Müll getrennt wird und so. Also, jetzt in einem normalen Wohnhaus. Ich gehe jetzt vom Wohnhaus aus und, äh, und guckt auch genau, dass halt, äh, dass halt der Füllwasserstand der Heizung und alles stimmt. Uh, uh, yay. Ich hab gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Wenigstens eine, die mich beglückwünscht. Das ist schön, auch wenn sie zickig ist, aber sie. Herzlichen Glückwunsch. Mach jetzt aus. Ich will zicken. Okay. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, ja, wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Vielen Dank.